Hallo YouTube! Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Single Fire Projekt. Ja, das ist jetzt Folge 7 und genau, es wird langsam wieder dunkel. Es sind schon ein paar Bäume gewachsen in der Zwischenzeit. Oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich muss gleich schnell eine Sicherheit bringen. Das sind nämlich Pillager. Es ist ein Monster in der Nähe. Ah, ich habe kein volles Leben. Ich habe auch nichts hier. Oh, ich habe einen Küken. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich gleich sterben werde. Der Wiedereinstiegspunkt ist hier gesetzt. Ah, ich wollte eigentlich schlafen. Jetzt ist da hinten ein Creeper. Ja, ich sterbe. Geil, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Wow! Das wird fast gar kein Leben mehr. Damit schmücke ich jetzt erstmal hier. Okay. Da. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist hier. Ja. Ich habe natürlich nichts zu essen dabei. Ja, es tut mir jetzt leid. Ja. Nicht weglaufen. Ja, das andere Hühnchen gibt es auch gleich. So, komm. Ja, das andere Hühnchen gibt es auch gleich. Ich hole jetzt erst. Das heißt, wenn ich jetzt springe. Aber hier ist gerade eine Kuh. Und dann gucken wir gleich, ob das Hühnchen fertig ist. Ja. 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 Schauen wir mal auf Weizen der DZ Oh, die Hühnchen und die Pümpchen, ja, das ist sehr gut. Ja, das ist sehr. ich lege mal Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt die Schlucht gesehen. Hier hinten irgendwo, oder? Jetzt noch noch ausAHE5, oder Iss? Ich hoffe, ihr klebt noch aus healthcare. So, ich mache das jetzt. Das ist jetzt immer so, ich mache immer rechts die Backeln. Außer ich lege jetzt zum Beispiel so einen Baum aus, das ist etwas anderes. So, ich mache das jetzt. Kohle ist da schon wieder genug. So, ich mache das jetzt. 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 So, gucken wir mal hier so ein bisschen in die Runde. Weil es kann auch so sein, dass eine Ader an die andere stößt, aber dann direkt. Also irgendeine Kante berührt sich dann. So, ich mache das jetzt. Das ist mir zu kritisch. Ich weiß noch nicht wie spät wir es haben. So, ich mache das hier. So, ich mache das mal. Aber geht jetzt auch mal. Das war's für heute. Das war das Skelett-Bogenschützer. Sehr cool. Das war's für heute. Dann muss auch heißen. Das war's für heute. Das ist kein Eisen. Gut, da möchte ich auch nicht weiter ran. Das mit dem Wasser hier ist ganz geil. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mehr mache ich jetzt erstmal nicht hier. Dafür brauche ich ein bisschen vernünftige Ausrüstung. Und ja, es ist zwar auch leicht, aber trotzdem habe ich so ein bisschen Angst davor. Oh, fuck. Das war's für heute. Fuck. Das war's für heute. 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 Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen Baumpel arbeiten da oben, um dann dieses hier auch noch auszubauen. Oder aber, wir bauen erstmal eine Mob. Weil von den Mops kriegen wir Knochenmehl. Knochenmehl brauchen wir. Ja, das halt brauchen wir, aber damit können wir Ganz geil, die wollen wir schneller heranziehen Aber Alles weiter in der nächsten Folge Danke, dass ihr zugeguckt habt Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da Ich würde mich auf Anregungen und sowas freuen Wie ich was weitermachen soll Genau Dann würde ich mal sagen, tschüss und ciao